Ich bin jetzt in vielen Spielen der Bundesliga und jetzt geht los mit Bayern gegen Leverkusen. Aktuell die zwei besten Mannschaften in der Bundesliga, Leverkusen sogar nochmal spielstärker als Bayern und ich finde auch, die haben den besseren Start erwischt. Klar, beide Mannschaften 9 Punkte aus 3 Spielen, perfekter Start, aber bei Bayern war es ein bisschen wackeliger und Leverkusen hat es auch schon geschafft, Leipzig zu schlagen, das hatte Bayern jetzt auch nicht so einen starken Gegner und deswegen glaube ich, Leverkusen wird sie überzeugen können und mit 2 zu 3 gewinnen. Leipzig gegen Augsburg, ich glaube, das wäre das eindeutigste Spiel, ich glaube, Leipzig ist deutlich stärker als Augsburg. Leipzig hat es jetzt auch geschafft, Union Berlin zu schlagen, das ist ein, glaube ich, eindeutiges 4 zu 0. Freiburg gegen Dortmund, hier schätze ich leider Freiburg ein bisschen stärker ein, weil Dortmund natürlich aktuell in der Krise läuft, aktuell sehr wenig, ich weiß nicht, ob die Länderspielpause gelegen kam oder eher ungelegen. Bei Freiburg natürlich jetzt auch, das letzte Spiel war nicht sonderlich gut, das war jetzt gegen Stuttgart, glaube ich, das 5 zu 0, wo die verloren haben. Trotzdem war ich Freiburg eine sehr heimstarke Mannschaft, deswegen muss ich sagen, leider 2 zu 1 Freiburg. Wolfsburg gegen Union Berlin, hier schätze ich Union Berlin stärker ein, beide Mannschaften, zwei Siege, eine Niederlage, aber trotzdem Union, finde ich, war da ein bisschen überzeugender, deswegen glaube ich, wird das ein Sieg für Union, 1 zu 2. Mainz gegen Stuttgart, ich denke, Mainz hat natürlich keinen guten Saisonschlag hingelegt, Stuttgart hingegen schon, sind aktuell sogar auf der 3. Deswegen glaube ich auch, weil Stuttgart aktuell sehr überzeugt gespielt hat, werden ja auch hier gewinnen können, auswärts mit einem 0 zu 2. Köln gegen Hoffenheim, es wird mal an der Zeit, dass Köln auch mal gegen Hoffenheim gewinnt, war jetzt lange nicht mehr der Fall, ich glaube, das letzte Spiel wurde gewonnen, aber davor lange Zeit nicht, deswegen denke ich, hier wird Köln gewinnen können, weil ich die auch ein bisschen stärker aktuell einschätze, 2 zu 1, Köln. Bochum gegen Frankfurt, ich glaube, Frankfurt ist einfach hier die beste Mannschaft, denke ich, wird eindeutig, auch wenn Bochum eigentlich sehr heimstark ist, ich glaube, Frankfurt ist einfach zu stark, das wird ein 1 zu 2. Heimheim gegen Bremen, hier könnte ich mir eine Überraschung vorstellen, dass Heimheim das Spiel tatsächlich gewinnen kann, Bremen ja eigentlich nicht sonderlich gut in Form, erstens zwei Spiele verloren, drittes Spiel jetzt natürlich gewonnen, sehr überzeugend, aber trotzdem, glaube ich, sind die immer noch nicht so stark, vor allem nicht auswärts und Heimheim, die ersten drei Spiele habe ich jedes Mal überzeugt, jetzt auch den ersten Punkt mitgenommen, deswegen glaube ich auch hier, wenn die sogar den ersten Dreier mitnehmen, 2 zu 1. Darmstadt gegen Gladbach, hier erneut kann ich mir eine Überraschung vorstellen, dass Darmstadt eventuell es schaffen kann, Gladbach zu besiegen, weil Gladbach aktuell in einer absoluten, nicht guten Form, also ich glaube, einen Punkt erst und Darmstadt eigentlich schon, auch wenn sie noch keinen einzigen Punkt haben, eigentlich schon öfters mal ziemlich überzeugt gespielt, deswegen glaube ich, wird es die Überraschung geben, 2 zu 1 für Darmstadt. So, wer mittippen möchte, kriegt den Link, ist in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao. So, So, So,